Alright Leute, Mechanics Sprintstart. Hallo Jungs, wir gehen auf die Linie. Wir wollen sicherstellen, dass wir nur exakt 100 Meter und keinen Zentimeter weiter laufen. Ich bin Rechtshänder, dementsprechend nehme ich mein rechtes Bein nach hinten. Zum Ausmessen der Schrittlänge gehe ich hier und stelle meine Zehenspitzen genau auf Fersenhöhe. Dann Fers am Boden, drehe den Fußarmen nach außen und dort kommt der rechte Fuß hin. Rechte Hand platzieren wir am Boden. Jetzt gehe ich her und lege auch mal das ganze Gewicht nach vorne. Wichtig ist der Schinnwinkel, der bleibt gleich. Und jetzt kurz bevor ich starte, übrigens zum Stoppen selber, nehmt ihr die Uhr natürlich dann in die freie Hand, in die linke. Und schiebe nur meinen Hintern raus und lehme meinen ganzen Körpergewicht nach oben, nach vorne. Die freie Hand ist auf Pockethöhe, von dort der Kopf ist tief. Ich laufe nach vorne laufen und das ist jetzt der erste Schritt nach vorne. Heute übt sich das ein paar Mal. Nochmal zum Stoppen, Uhr in die Hand, von eurer freien Hand. Schöck! Kuck, Kuck! Los geht's!